. 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 Hallo? Sanitäter? Ich sterbe! Granate für Sie! Hier! Erste Hilfe für dich, Soldat! Das bringt dich wieder auf die Beine! Das bringt dich wieder auf die Beine! Das bringt dich wieder auf die Beine! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Das bringt dich wieder auf die Beine! Das bringt dich wieder auf die Beine! Das bringt dich wieder auf die Beine! Das ist 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 die Beine! Granate geworfen! Das ist die Beine! Wie? Ja? Das ist die Beine! Ich versuche hoy! Das war's für heute. Nichts, nichts, nichts! Seht ihr das? Verdammt gefährlich! Seht ihr das? Well done. Unsere Artillerie ist unscathed. Unsere Fortifizierungen sind stark. Wir können nicht die Briten auszutauschen, aber sie werden einen Schrecklichen Preis bezahlen. Lass sie kommen. Wir werden sie zurück in den Meer bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere Artillerie zerstört viele Schipen, aber einige noch auf unseren Schaden. Halt die Linie. Wenn Sie zurückkommen müssen, regroupen und weitergehen. Die Zahlen haben sich reduziert. Die Morale ist verletzend. Wir werden sie verletzen. ... Me and my hammer gonna build some stuff. Me and my hammer gonna build some stuff. Du musst defend die Objekte. Du musst die Abwechslung aufbauen. Ah, Zanideta! Soldiers, we are losing Objective Anton! They're flanked in the train. We have lost Objective Anton! We have now taken Objective Anton! We are losing Objective Anton! We have lost Objective Anton! Now a grenade! We have lost Objective Anton! Shots! Shots! Hello? Sanitator? I'm dead! Shots! Shots!